Ja moin meine Damen und Herren, zum aktuellsten CSGO Update gab es einige Fragen, darum mache ich geschwind ein kleines Video darüber. Valve hat, ich glaube das allererste Mal, ein Performance-Tweak-Update gebracht. Wenn ihr in die Startoption von CSGO folgendes eintragt, minus D3D9EX, habt ihr einen ordentlichen Performance-Boost zu erwarten, vor allem, hauptsächlich, was das Rein- und Raustappen angeht. Wenn ihr mehrere Befehle habt, könntet ihr die, so wie ich, einfach hintereinander schreiben mit dem Leerzeichen dazwischen. Vor diesem Update, beziehungsweise diesem Startparameter, hat bei mir das Reintappen bis zu 10 Sekunden gedauert. Jetzt kann ich raustappen und auch direkt wieder reintappen. Das dauert noch nicht mal eine Sekunde, ich bin direkt drin. Das ist wirklich gerade für mich so als Streamer halt perfekt, wenn ich auf den Desktop gehe und irgendwas umstellen möchte und so weiter, dann bin ich auch direkt wieder im Spiel drin, dann muss ich nicht in eine halbe Ewigkeit warten. Dazu sei aber gesagt, dass es auch ein paar Fälle gab, bei denen der Befehl nichts gebracht hat, beziehungsweise die Gesamtperformance verschlechtert hat. Ich habe durch diesen Befehl auch mehr FPS, also ich stoße, wenn ich ingame bin, bei diesem FPS-Log auf 300 durchgehend an. Das hatte ich davor nicht, da war ich so bei 240, 250, 260 und jetzt stoße ich in den meisten Situationen durchgehend bei 300 FPS an. Das heißt, ich habe dadurch nochmal einen FPS-Boost bekommen, weil dieser Befehl die CPU entlastet. Aber scheinbar schlägt dieser Befehl nicht bei allen gleichermaßen aufs System auf, sondern kann scheinbar auch für Negativität führen. Valve selbst hat im Update auch geschrieben, dass man sie direkt anschreiben soll, falls da irgendwas nicht laufen sollte. Ich habe auch etwas rumrecherchiert, um zu gucken, was eben da jetzt genau verändert wird mit diesem Code, beziehungsweise dem Update. Ich dachte, es hängt mit dem aktuellsten Grafikkartentreiber zusammen. Aber scheinbar handelt es sich da doch um eine recht alte Geschichte, die bereits zu Windows Vista-Zeiten Relevanz hatte. Und zwar geht es da um eine Extension namens Direct3D9EX. Diese Extension hat einem scheinbar Verbesserungen gebracht, hinsichtlich des Desktops bei Windows Vista, bezogen auf diesen Aero-Desktop. Ich erinnere mich, dass es damals schon irgendwelche Fummeleien gab mit diesem Aero-Desktop. Und ja, daher rührt diese ganze Geschichte. Zumindest nach meinen Informationen, die ich finden konnte. Des Weiteren gibt es noch hier in den Settings ein paar recht angenehme Dinge. Und zwar geht er hier auf Game Settings und auf Communication. Da könnt ihr hier unten jetzt in den Settings selbst das Enemy Team muten. Kann ich euch nur höchstens empfehlen. Grundsätzlich Enemy Team muten. Die Mates halt eher nicht, weil ihr mit den Mates callt. Die Avatare könnt ihr blockieren. Denn das ist gerade wichtig für Streamer und YouTuber eben, beziehungsweise für Streamer, die auf YouTube streamen. Denn YouTube sieht das nicht gerne, wenn hier jemand Titty-Bilder als Profil hat, als Profilbild. Daher kann man einfach die ganze Sache heiden. Und hier unten könnt ihr noch Clean Player Names ein- oder ausschalten. Da ist aber wichtig, dass euer Team das halt auch dementsprechend eingeschaltet oder ausgeschaltet hat. Denn ihr bekommt dann, wenn ihr auf Yes schaltet, die Gegner alle als Enemy Blue, Enemy Orange und so weiter angezeigt. Und eure eigenen Mates als Blue, Orange, Purple und so weiter. Also es gibt keine Namen. Die Spielernamen, die man sich aussucht, werden somit nicht angezeigt. Finde ich eigentlich sehr gut, diese Idee, weil die Namen völlig irrelevant sind. Aber es ist halt doch irgendwie wichtig, dass ihr von den gleichen Leuten sprecht. Also von daher sollten eure Mates das gleiche angeschaltet haben. Ich lasse es jetzt mal lieber aus. Gestern hatte ich es an, aber da kam es dann schon zu minimalen Problemen. Also eher in meinem eigenen Team als mit den Gegnern. Und ja. Soweit zum neuesten CSGO-Update. Streamtation. Ich wollte heute eigentlich schon recht früh online gehen, aber da wir gestern so lange geballert haben und ich heute ewig lang gepennt habe, wird das wahrscheinlich eher nichts, beziehungsweise über den Tag nicht so viel. Ich mache jetzt gerade mein Essen parallel, während ich hier das Video recorde. Jetzt ist gleich 15 Uhr. Das Video erscheint wahrscheinlich dann so um 16 Uhr. Ja, mal gucken, ob ich dann noch das letzte Apex-Video raushaue oder dann direkt anfangen zu streamen. Mal schauen. Heute geht es auf jeden Fall weiter mit dem CSGO-Knife-Giveaway auf Twitch. Also kommt dran. Twitch-Link ist in der Beschreibung. Guckt einfach rein oder haut direkt ein Follow rein. Dann bekommt ihr direkte Nachricht, wenn ich dann online bin. Macht's gut und dann bis gleich im Stream. Ciao, ciao. Outro